Herzlich Willkommen bei Würfelzeit. Mein Name ist Sebastian. Ich bin ein Theater-Schauspieler und Regisseur und seit 25 Jahren begeisterter Pen-and-Paper-Spieler. Hier auf diesem Kanal findet ihr Videos zu Rollenspiel, Crafting und meine manchmal etwas interessante Einstellung zu dem größten Spaß, den man mit seinem Hirn haben kann. Und manchmal mit Katze.